So, für alle Fixi-Fahrer, das ist mal tief. Wer hätte das gedacht? Es funktioniert. Mein Sohn auf unserem ersten Umbau Wer dieses wunderschöne Rad kaufen möchte, muss leider alle nehmen. Was sagen wir dazu? Doch, fährt gut. Perfekt. Schmiertes Spaßrad. Und groß bist du geworden. Wir haben ja auch ein Video gemacht, wo wir es gebaut haben. Vor 10 Jahren, 12 Jahren, keine Ahnung. Das war ja noch nicht mal mit einer GoPro. Das war noch mit einer anderen Action-Game. Das war noch mit dieser Oregon. Ja, geil. Ja, krass. Da habe ich noch eine Skater-Frisur. Sehr geil. Na gut. Wie gesagt, jetzt mit dabei bei diesem Super-Posten. Und fährt. Aufgepumpt und funktioniert. Und funktioniert immer noch. Und macht Spaß. Krass. Na dann. Gucken wir mal gleich das nächste Rad präsentieren. Buddhism. Und burnen. Obviously.